Bonding ist die erste Kontaktaufnahme eines Neugeborenen mit der Haut seiner Mutter. Dazu wird das Baby nackig direkt nach der Geburt auf den nackten Oberkörper oder auch den Bauch der Mutter gelegt. Bonding ist sozusagen extrem wichtig, dass das Kind weiß, wo bin ich, bin ich angekommen, Wärme zu spüren und häufig nehmen die Kinder dann auch alleine auf der Brust der Mutter den Weg zur Brust auf, um selber erste Stillversuche zu machen.